Servus liebe Freunde der gepflegten War Thunder Unterhaltung, ich bin Raiboon und das hier ist der T55A. Gaijin hat ihn offiziell im DevBlog für das kommende Update 169 angekündigt und zwar für den russischen Baum, klar, das konntet ihr euch wahrscheinlich schon denken. Die News dazu kam gestern, ich habe aber noch ein bisschen gewartet, um mal zu schauen, wie denn so die Reaktionen auf den T55A sind und es ist im Grunde wie immer. Die einen sagen cool, dass er kommt, die anderen sagen, die Russen brauchen nicht noch mehr Content und haben schon genug und wieder andere stellen die Frage, was denn eigentlich mit den Deutschen ist, ob die denn auch mal wieder neuen Content bekommen. Also wieder ganz unterschiedliche Meinungen, die hier aufeinander prallen. Ich persönlich, ich finde es gut, dass Gaijin in diesem Update auch noch neue Fahrzeuge bringt und nicht nur den italienischen Flugzeugbaum. So haben auch die Ground Forces Spieler wie ich wieder was, worauf sie forschen und sich natürlich auch freuen können. Klar, die italienischen Flugzeuge werden auch cool, aber natürlich Fahrzeuge müssen auch in einem Update kommen. Zum T55 selbst, der Panzer ist ein mittelschwerer Panzer und die Weiterentwicklung des T54, den wir ja schon im Spiel haben mit insgesamt drei Ausführungen und der T55 füllt im Spiel die Lücke zwischen den T54 Modellen und dem T62. Außerdem ist der T55 einer der am häufigsten produzierten Panzer mit über 12.000 Exemplaren und er war in den 60er und 70er Jahren der Standardpanzer der Russen und auch bei der NVA in der DDR kam er zum Einsatz. Leider gibt's in den News von Gaijin keine Hinweise darauf, dass er aufgrund dessen auch im deutschen Baum zu finden sein wird. Aber vielleicht lässt sich Gaijin da die Option noch offen, das irgendwann in Zukunft mal zu bringen oder vielleicht als kleine Überraschung. Und natürlich ist der Panzer auch in vielen anderen Nationen zum Einsatz gekommen und wird teilweise sogar auch noch eingesetzt. Der T55 hat eine 100 Millimeter Kanone, MGs und einen Waffenstabilisator. Außerdem wird er wohl recht mobil und flink werden, was ihn in Verbindung mit der Kanone und dem Stabilisator mit Sicherheit zu einem richtig fiesen Gegner machen wird. Er ist im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen am Turm und auch am Heck etwas schwächer gepanzert. Allerdings sollte er das mit seiner Mobilität wieder ausgleichen. Zur Munition, da gibt's noch keine konkreten Infos. Allerdings hat der T55A damals eine Feuerleitanlage für Unterkalibergranaten gehabt und er war auch in der Lade Hohlladungsgranaten, also Heat, zu verschießen. Ich denke, wir können dann davon ausgehen, dass er auf jeden Fall APDS FS und Heat FS bekommt, plus natürlich die ganz normalen HE-Granaten für die nur leicht gepanzerten Ziele. So, und jetzt kommt natürlich noch die Frage der Fragen, welches BR bekommt er. Dazu hat Gaijin auch keine konkreten Angaben gemacht. Allerdings, was wir bis jetzt wissen ist, dass der T55A zwischen den T54 und dem T62 landen wird. Also wird er auf jeden Fall schon mal Rang 5. In der News steht auch auf den Top-Rängen. Das bedeutet, das kann nur Rang 5 sein und ich denke, er wird dahingehend ein Battle-Rating entweder von 7.7 oder aber von 8.0 bekommen. Darunter wird er auf gar keinen Fall landen. Ich finde ihn richtig schön vom Design her und bin mal gespannt, wie er sich spielen wird und vor allem, was Gaijin neben den italienischen Flugzeugen noch alles an Fahrzeugen mit dem Update 169 bringt. Schreibt mir doch auch mal eure Meinung zum T55A unten in die Kommentare und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, euer Raibun.